Jamila sagt, wir müssen wissen, wie alles geht. Wir müssen üben für später. Für das echte Leben. Damit uns keiner was kann. 8.9 Stunden Ethik ist heute ausgefallen. Uns ist echt heiß in unseren Klamotten. Eigentlich mache ich das ja nie. Eigentlich. Machen wir sowas auch nie. Du Opfer. Wir sehen uns dann im Herbst. Endloser Sommer. Wir lassen uns deflorieren. Hä? Entjungfern. Wir suchen uns die süßesten Typen der Welt und gehen mit denen ins Bett. Finde ich gut. In der Nacht zeigt sich unser Glanz. Alle drehen durch und es wird getanzt. Wir sind wie ein guter Hund. Jetzt kommt das Beste. Woher kommst du denn genau? Aus dem Irak. Du hast einen Brief bekommen. Komm aus dem Abend. Wo? Ich schwöre, dass wir für immer zusammenbleiben und du mich niemals allein lässt. Ich würde nie Deutsche werden. Scheiß auf Deutschland. Es ist doch scheißegal, ob ich abgeschoben werde. Mann, es geht nicht immer nur um dich. Du kannst ja niemanden lieben, der dir so wehtut. Natürlich kann ich das. Siehst du doch. Lass uns irgendwas machen. Was Schönes. Sie verschwindeln einander und die Luft befindet. Ich flieb wohin. Ich will, ich will, ich will, ich will. Ja! Sie verschwindeln einander und die Luft befindet. Ich flieb wohin. Ich will, ich will, ich will. Und was machen wir den Rest der Ferien? Ich will, ich will. Ich will, ich will. Ich will, ich will, mit dem Brief. Vielen Dank.